Ihr frisst unser Sparkly und die Tippschen. Benni ist schon etwas fertig. Hat ja auch Hunger gehabt. Durch die Uhrumstellung ist es einfach manchmal ein bisschen sehr spät, wo ich Clips schicke. Spielmaschine. Einmal auf dem blauen. Lecker, lecker, lecker. Das brauchen wir nicht, wenn wir das mal verdrehen. Benni darf nicht. Dipsi, bis gesättet, macht er das schlossenfest. Schulz sagt, muss weh. Cool angelegene Gehgräuser. Wie hat das geschmeckt? Boah, lecker. Ja, der Kleine will nicht schlafen. Das war die Ela. Das war noch mal die Ela, es braucht kein Wolf. Die Hybriden wurden erschossen. Ich hole auch gleich mein Gewehr und dann schießt die beiden auch. Benni, ich sehe das Stückchen. Dann kriege ich es und kriege ich es nicht. Er probiert es. Nein. Er probiert es immer noch. Ach, ein Gypsy wird es auch. Sporgi hat gewonnen. Naja, wird schlechter. Noch ein Stückchen Sporgi hat mir gewonnen. Ist das nicht wunderschön? Ja. So. Oh, Benni. Benni, Benni da. Ein Stückchen. Gypsy war schneller. Benni hat es verliert. So. So. Er geht mir jetzt mal auf. Er ist ja nichts mehr drauf. Er ist fast. Ja. Pullern muss jemand da oben. Unglaublich. Und hier hat jemand gepullert. Das war Benni. Der war frech. Benni ist frech. Sieht aus wie ein kleiner Hund. Ein kleiner Hund. So, machen wir kurz auf Pause. Die Freiheit. Einmal zum Kacken. Wenn es mal wäre, hat es ja gerade gesagt. Gell, Mimi? Mimi, du wirst schon mal eine Zuckerschnecke. Heute ist ein sehr schöner Tag. Guck mal da. Der Wimmel ist noch schön bläulich. Und die ganz spuzi-puzi mit Pups. Bambuli. Boing, boing, boing. Jetzt, Pagi? Das ist gut. Und da sind die anderen. Die Zuckerschnecke. Die Zuckerschnecke. Erlebt heute. Heute ist heute die letzte Nacht hier. Morgen kommt sie mit zu mir. Ja. Ja. Am Sonntag. Heute ist weiter. Heute ist weiter. Am Sonntag früh. Weil meine Schwester wohnt noch neben mir an. Nebenan. Da kann ich sie früh gleich, sag ich mal, zauberhaft hinüberbringen. Und die kleine Darlene. Augen machen. Da hat sie eine Schneeflocke. Da ist er verschneiden. Papst Bell wieder mal. Lagi. Schnubbelt und bohrt. Spocki. 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 Bist du Spocki? Ja. Benni. Benni. Hi. Grüß dich. Und mach hopp. Das war dein Papst. Der Papst von der Papst. Ah. Hier. Papst. Und Sammy. Ah. Guck mal. Ein Wuschel-Wuschel-Haufen. Ich finde das auch schon. Aber guck mal, die zwei. Sehen sich unheimlich ähnlich, die zwei. Hm? Ich finde das schon. Ich finde das einfach nur cool. Hä? Ah. Debs. Ah. Letzte Nacht heute. Genieße ich. Und morgen bei mir mit Spocki. Ho, ho, ho. Hab ich noch weniger Platz im Bett. Aber es passt schon. Ah. Ja. Hochlokchen. Hi Debs. Debs von der Debs. Ja. Ja. Im Großen kannst du mal ein sehr schöner Tag. Ja. Das bestätig auch Benni. Benjamin. Will ich mal so schön? Benjamin. Debs hat es auch. Die Makler hier. Hm. Warum? Wieso? Weshalb? Ja. Aber Spocki mag ihn auch. Okay. Ist ja auch dein großer Bruder in dem Sinne. Obwohl es ein schick Hassel ist. Sammy. Sammy. Hi Paps. So. Okay. Ach, ihr drei. Ein schönes Bild. Braun. Weiß. Also braun-weiß. Schwarz-weiß. Und ganz weiß. Aha. Ich finde das schön. Hier. Hast du Menschen? Guck mal, die Bäuchlein an, wie dick die sind. Die haben ich gerade gemnascht. Habt ihr ja gerade gesehen. Ah. So. Habt ihr mal gekackt? Werden sie kacken? Hab Benni und Papi. So. Und ich war langsam alt. Bücken ist nicht mehr so mein Ding. Aber das passt schon. So. Gehen wir hier durch. 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 Hier sind sie alle wieder. Spiel für Chaos. Schön. Da kommt die Mama. Die guckt noch mal nach dem Rechten. Sieht sich mal wieder mal. Einmal nutschen. Oder irgendwas sagen. Keine Ahnung was erzählen. Frauen unter sich. Die wissen schon was erzählen. Ey. Hey. Benni kackt. Und was lasst du machen? Nicht stören? Wir sind abverhandlich gekackt. Nee, nee. Oh Gott. Benni hat gekackert. Ist ja wunderschön. Eine schöne Farbe. Ein Mann frei. Also einer von dreien. Ah. Gibt zwei Weißen. Leiblichen. Bruder, Schwester jetzt. Na, die macht eine Markierung. Wir haben hier ein Vogelhaus. Kein Vogel drinnen. Hm. 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 Und da Daddy mit dem Spraggy. Ja? Spraggy? Ja. Alles eine schöne runde Sache. Benni mag Apfel. Die Kinder auch. Haha. Schön. Hm. So. Ich gehe jetzt rein. Wir lassen die drei. Die. Ja, gut. Unser Fünfer. Sechser. Mein Sechser. Man will rumtuben. Man will kackern. Pullern. Was sie auch gerne möchten. Oder auch gar nichts. Kann passieren. Muss aber nicht. Ja. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich hoffe ihr habt einen wunderschönen Karfreitag gehabt. Und ja. Wir sehen uns morgen wieder. Geh Benni? In alter Frische. Ihr drei. Macht ihr mit? Einmal kratzen. Fertig. Gut. Und wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Zip. 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 Einmal noch wieder rumtollen. Und wir sehen uns morgen. Ja. Da war eine Katze oder ein Hund. Sporki, der muss den Quatsch mitmachen. Also, bis morgen dann. Tschüss. Warte mal. Ein schönes Bild. Zum Schluss. Mama und Benjamin. Naja gut. Benni? Sagst du der Elke Gute Nacht? Ja, sagst du der Elke Gute Nacht. Okay. Mach doch. dann bis morgen tschüss abschwenken